Der Dr. Langhals ist hochmusikalisch. Ich hab ihm von deinem Prunkstück erzählt. That's Maria. Du weißt schon? Ja, ich weiß schon. Wir sind in London. Es ist Nacht. Da kommt Maria des Weges. Sie wackelt mit dem Popo und freut sich ihrer Sünde. That's Maria, that's Maria, that's Maria, that's Maria. Jeder, der Maria sieht, bekommt gleich Appetit. Wenn sie abends durch die Street im prallen Röckchen zieht. Schade, dass sie nur für Honorar schafft. Meistens sagt sie nur mit kühlem Sinn. Aber zeigt man ihr die Barschaft, legt sie sich vor Schreckleichen. Maria, that's Maria. Oh, Herr Brückenbroth, nein, das war eine großartige Leistung. Hier ist nett, Kinder. Hier wieder,... Je bl succeeded. ... ...